Hallo, ich bin Nathalie Gonsauvis und hieß die neueste Ausgabe der Zeitschrift INSIGHT. In der Juni-Ausgabe erfahrt ihr, warum sich Heidi Klum knallharte Vorwürfe der Ex-Top-Models gefallen lassen muss. Außerdem habe ich eine Überraschung für euch. In der neuen INSIGHT findet ihr ein sexy Bademoden-Shooting mit mir. Diese sommerlichen Must-Haves sind jetzt in allen Vulvas-Kaufhäusern erhältlich. Mehr Star-News, die aktuellsten Trend-Styles und unglaubliche Stories jetzt in der INSIGHT. Überall dort, wo es Zeitschriften gibt.